Diese Frage, die ich jetzt stelle, möge mir verziehen sein vielleicht, oder ihr stellt dieselbe Frage. Was bringt euch ein Master, ein Film-Master, ein Herr Gottschalk, ein Herr Till Schweiger oder alle anderen, weil es kommen immer andere bei The Master. Der Film-Master, der euch literarisch Filme nieder- oder beibringt aus der Zeit des Films und mit euch philosophiert für 18,50 Euro im Monat. Ihr könnt eine Mastercard für um die 300 Euro erwerben. Frage, was bringt euch The Master? Ich blende euch unten ein, was ich meine und ihr könnt selber. Ja, ich werde jetzt mal eben gucken, indem ich hochfahre, wer ist denn alles da? Also, die Gabi Hauptmann, kennt ihr die Gabi Hauptmann? Thomas Gottschalk, den kennt ihr. Kennt ihr einen Gordon Wagner? Ja, wen haben wir denn noch da? Ach ja, Professor Harald. Hi, Lentsch. Hallo. Ja. Ja.